Wenn ich überlebe, dann kriege ich die Blutpunkte. Meine Aufgabe ist, nur eine Tür aufzumachen. Ja, mach du die Tür auf und ich überlebe dann. Ja, super. Danke. Ich habe immer die Brimmelblüten. Ich laufe dann an dir vorbei. Aber ich glaube, das ist echt meine einzige Chance, wenn jetzt wirklich irgendwo eine Tür offen ist, wirklich dann rauszulaufen. Weil ich glaube, wenn ich euch dann noch versuche zu retten, dann gehe ich drauf. Also jetzt ohne Scheiß. Ich meine, das ist scheiße. Ich würde es auch normalerweise immer machen, den anderen versuchen zu retten. Aber es sind ja auch 30.000 Blutpunkte, die du dann kriegst. Aber der Schrottplatz ist okay. Von mir aus ist es okay. Ah, von mir aus links ist ein Generator. Aber niemand in der Nähe. Scheiße, ich bin hier voll am Haken. Ist das denn schon wieder? Ja, ich auch. Das heißt, der Kinoleck. Ich bin hier am Generator. Ich auch. Oh, weil sie besitzen hat. Viel Spaß. Oh, bei mir in der Nähe ist einer. Der dreht sich immer im Kreis. Oh ja, au. Wieso kommt er nicht zu mir? Ah, jetzt kommt er. Oder was tut das jetzt? Da hinten schleicht auch noch einmal. Immer wenn ihr Glocken hört oder in halb unsichtbar jemand sieht. Ist das der, der einen Moment braucht? Was macht die denn da? Oh, ich höre was. Ich höre was. Da kommt einer angeschlichen. Ah, pass auf, da hinten ist er. Ich habe einen Schlüssel. Was ist das denn? Ich habe mich schon zwei oder drei Mal geblieben. Ein Schlüssel, was ist das? Den habe ich in der Hand. Was kann man damit machen? Lenkt er dann ab, ja, ne? Oh, was? Ja, ach so, du bist das. Ja. Was kann man mit dem Schlüssel machen, Leute? Dann kann man die Entfänge eröffnen. Oh, 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 oh. Nein, lauft doch, Mann! Dann hängt die da auch noch fest. Ich glaube es nicht. Lauf, lauf, lauf! Oh, nee, na? Hat der jetzt auch noch dich getroffen? Nee, hat er nicht. Scheiße. Ich habe irgendjemand runtergeholt gerade. Ich bin nicht. Oh, der geht hinter mir her. Ich höre aber die Klingeln. Ah, Mann. Er will mich unbedingt haben, weil ich ihn eben genervt habe. Ja, ich komme in deine Richtung. Oh, hier ist ein Haken. Das ist vielleicht nicht so günstig, wenn ich in deine Richtung komme. Nils fängt. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe gleich einen Generator. Das Problem ist, ich sehe den Gegner gerade nicht. Ist er noch bei dir? Ja, ne. Mann! Ja, du bist bei mir da. Oh, okay. Oh, ja. Ich laufe jetzt mal einfach auf dich drauf. Okay, einen habe ich. Wahrscheinlich werde ich jetzt kaputt gehen oder so. Hey! Hey! War da gerade was? Bleib stehen, bleib stehen. Ja, ich kann mich ja halten. Oh, ja. Oh, oh, oh. Weg. Nein! Oh, du hast mich geblockt. Scheiße. Oh, ey. Geht's hier mit dir hier. Ja, ja. Ist er. Ist er. Scheiße. Nein! Nein! Oh! Mann, ist die blöd. So, und so. Ja, die rennt aber auch nicht, wenn die verletzt ist, ne? Der holt sich einen Nils. Ja, natürlich. Ich bin ganz besauert. Ja, ist eine bei dir in der Nähe, aber ich glaube, du kannst nicht mehr, oder? Nein, ich bin dort. Der ist jetzt um mich rumgelaufen, ja? Scheiße. Ah, die ist am Generator. Sieht die denn nicht, dass... Ja, okay, er verschleppt mich auf die andere Seite. Da brauche ich mich auch nicht wehren, weil ich bin eh am Haken. Also, ihr seid jetzt beide bei mir in der Nähe. Jetzt ist er aber unsichtbar. Ich sehe ihn nicht mehr. Es kann sein, dass er noch hier ist. Hinter dir. Oder nee. Hä? Ich suche ihn. Hä? Ich höre ihn aber noch hier irgendwie. Lol. Ne, der ist zu dem anderen, glaube ich, gelaufen. Richtigen Generator, kann das sein? Ich kann ihn nicht mehr spektaten. Hier ist einer. Boah, fuck! Ach, pass auf! Ja, nimm mich, nimm mich, nimm mich runter. Bist du das? Ah, ne, du bist schon tot. Achso. Scheiße, scheiße. Scheiße. Nein, ich komme nicht mehr. Nein, aber er hat mich erwischt, nicht die andere. Okay. Ja, das war ich, aber hinter mir ist er auch her. Ja, komm, komm, komm. Heil mich, heil mich, heil mich. Schneller, schneller, schneller. Ich wollte gerade wegkriechen. Oh, fuck, der kommt wieder hier hin. Ah, ich hänge. Aber ich, das erste Mal. Ja, heil dich bloß nicht. Steht nur dumm rum, oder was? Oh, da hinten, also. Also, ich habe immer noch den Schlüssel für die Fluchttür, ne? Wenn wir, äh, die sehen sind. Ja, aber ich bin ja nicht, ich werde ja nicht geholt. Oh, der ist, der ist direkt, der hat mich gesehen auch. Ja, das war so klar. Dann bin ich auch gleich tot. Und der andere macht einen Generator. Ja. Das Problem ist, der sieht mich ja sowieso mit den Blutspuren. Das heißt, ich muss mich heilen. Der kommt jetzt in die Richtung von... ...einen, der rot ist. ...einen, der rot ist. Also, ich bin am Kämpfen. aufgehangen. Ich glaube, du bist nur einmal, oder? Nur einmal, ja. Dann kommt ihr auf die Länge an. Ihr seid weiterhin in der gleichen Phase mit Kliniken. Kommt aber auch zu dem. Oh, ich sehe den Geist. Nein! Wieso hat er mich sofort enttickt? Mann, ey! Oh, jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt bist du aufgehangen, ne? Scheiße. Naja, ich bin aber tot. Ich bin gleich tot. Keine Ahnung. Er hat mich schon wieder gesehen. Es ist doch nicht normal. An der Platte. Nicht aufgenommen. Ist keiner. Der Geist ist nicht mehr. Ja, vor allem siehst du den nicht. Das ist kacke. Ja, ne, er kam von der anderen Seite. War klar. Du musst unbedingt um Gebäude rumrennen. Du darfst nicht so frei rumrennen. Ach, war schon einer. Scheiße. Ja. Ja. Das Problem ist, also ich habe ihn jetzt so ein bisschen blitzen sehen, ne? Von der Umgebung her. Aber wenn du den nicht siehst, das ist scheiße einfach. Ich habe ihn zu spät gesehen. Ich habe dann auf einmal gesehen, dass er da kommt. Und dann bin ich noch weg, aber er hat mich anscheinend schon vorher gesehen gehabt, dass ich dahinter bin. Boah, mach hin, ich will zuschauen. Ja, ist drauf. Ja. Ja. Ja, ich gönne es ihm auch. Ich meine, er hat uns auch ein paar Mal runtergeholt, ne? Ja. Mich nervt das nur, dass er sich so blöd auf mich eingeschossen hat. Jedes Mal, wenn ich verletzt weiß, er hat doch bestimmt einen Perk gehabt. Jedes Mal, sobald ich verletzt war, ist er direkt auf mich zugeschossen irgendwie. Ja, dann hat er eine Scrolling. Aber hat er nicht drin gehabt eben. Ich habe ja die Pöpchen nicht mehr bei ihm. Das ist doch nett so was.